Hey Freunde, was geht ab? Diesmal geht es um Piktogramme. Wir sind jetzt auf den Gleisen und werden die Leute fragen, was ein Piktogramm ist. Ilkay. Ilkay. Das ist ein Piktogramm, das jeder versteht. Noch mal Gedanken über Piktogramme gemacht. Nein, noch nicht. Piktogramme sind Symbole, die auf irgendwas hinweisen sollen. Richtig. Ich habe keine Ahnung. Ein Zeichen, wer soll das beschreiben? Ein Piktogramm ist eine Anweisung per Bild. Was ist das? Piktogramm ist eine kleine Grafik, die anstelle einer textlichen Beschreibung etwas anzeigen soll. Sehr schön, einer läuft, der andere steht. Ist man es ja auf einer Rolltreppe vielleicht? Soll ein Recht stehen. Ein Piktogramm. Es ist eine Zeichnung in nur einer Farbe. Eindeutige Symbole. Rechts laufen, links stehen. Rechts stehen, links laufen. Ja. Kennst du das Problem, wenn die Leute auf der Rolltreppe links einfach stehen? Ja. Ein Piktogramm. Oh, oh. Piktogramm ist glaube ich auf... Hat was mit dem Bild zu tun, oder? Ja, genau. Das hat mit Informationen zu tun. Dass Männer mit Männern haram sind. Das hier ist ein Piktogramm, was wir selber designt haben. Was sagst du aus? Das erinnert irgendwie an die Rolltreppe. Dass der eine stehen bleiben soll und ein Laufbereich frei sein soll. Ja, genau. Also rechts stehen, links gehen. Genau, genau, genau. Findest du dieses Piktogramm gelungen? Natürlich, ja. Du? Mir ist das bis jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, aber das ist gut. Ja? Ja, das ist Michel. Michel. Weißt du was ein Piktogramm ist? Nein. Das hier ist zum Beispiel ein Piktogramm? Rechts gehen, links laufen. Rechts stehen, links laufen. Ja, so. Findest du gut, dass so ein Piktogramm eingeführt wird? Ja. Kennst du diese große Rolltreppe? Ja. Die Leute stehen immer links? Genau, ja. Ihr seht, dass die Leute einfach links stehen und die Leute, die eilig haben, können einfach nicht durchlaufen. Ich sehe auch hier kein Piktogramm. Rechts stehen, links gehen. Rechts stehen, links frei halten. Ja, das ist das Piktogramm, was wir vor vier Jahren gemacht haben, geklebt haben. Und es ist immer noch da. Und jedes Mal, wenn ich hier durchlaufe, macht mich das übertrieben stolz. Rechts stehen, links frei halten. Komm. Ja. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Rechts stehen, links frei halten, damit die Leute durchgehen können, die ihr eilig haben. Ja, hier. Guck, die Frau will durch. Also immer rechts anordnen, rechts anordnen. Ja, ja, ja. Genau so, genau so. Sehr gut. Und damals haben wir auch ein Video gedreht gehabt, vor vier Jahren. Das Video heißt Jam on the Escalator. Viel Spaß mit dem Video. Und denkt daran, dass es alles mit GoPro 2 aufgenommen wurde. Und ich freu mich bis zum nächsten Mal. Na gut, Square Tweet. Boom. Spreende correspondant. Spreende! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020